Man isst, was man isst. Steuerung durch Nahrung. In den USA und vielen anderen Ländern ist Milch ein Grundnahrungsmittel. Laut einer Studie der Amore University aus dem Jahr 2020 nehmen jedoch Konsumenten von US-Milch einen Giftcocktail aus Antibiotika, Pestiziden, Wachstumshormonen und anderes mehr in äußerst bedenklichen Konzentrationen zu sich. Demgegenüber erwies sich Biomilch in den Tests als rein. Doch woher kommt diese krasse Diskrepanz? Eines der auf dem Weltwirtschaftsforum WEF in Davos vorgestellten Ziele der Agenda Great Reset ist die weltweite Kontrolle der Ernährung. Organisationen wie das EAT-Forum stürzen mittels ihrer global vernetzten Lebensmittel, Pharma- und Chemieindustrie die gesamte Menschheit in deren Abhängigkeit. Mehr noch, nach dem Sprichwort Man isst, was man isst, geschieht eine physische und psychische Steuerung der Konsumenten. So erweist sich die Nahrungsmittelkontrolle als eine der Technologien, die Verhalten beeinflussen und Menschheit reduzieren kann, wovon Klaus Schwab, der Gründer des WEF, schwärmt. Damit wird eine schon lange im Verborgenen verfolgte Strategie immer mehr sichtbar. Dass es aber auch anders geht, beweist zum einen die reine Biomilch. Zum anderen zeigt die friedliche Befreiungsbewegung der Inder von der britischen Kolonialherrschaft unter Gandhi, dass man sich nicht jeden Größenwahn wie den Great Reset bieten lassen muss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017